Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Es wird ein sehr spontanes Video, wir gehen aufs... Aufs? Sag doch! 50 Cent Konzept! Go! Go fit in the house! Bounce! Peace, viel Spaß! Bruder, wie schön das ja! Auf jeden Fall, Freunde, herzlich willkommen! Hi! Im schönen Wien, schaut euch mal das an! Ich bin seit drei, vier Wochen erst hier und davon war ich zwei Wochen überall unterwegs. Schaut mal, wie schön dieses Gebäude ist! Das ist die Staatsoper! 100 Punkte! Ist wirklich! Ist wirklich, oder was? Ja! Andere Frage! Wann? Das Grüne da, wann? Wann du? Ja, wann bekomme ich ein? Weiß ich noch nicht! Ich bring dich an, Alter! Auf jeden Fall, wir treffen... Ach, sieht man jetzt nicht! Aber dahinter ist ein Taien! Selam aleikum! Selam aleikum! Warum filmst du überhaupt? Selam, was geht's? Weil ich mich heute mit dir treffe, nein? Wegen 50 Cent! Ah, okay! Schön für 50 Cent! Was ist das aber? Käse kleiner! Ah, Bruder, wir haben heute auch welche gegessen! It's our day! Halal aber, ist halal! Wie wir hinkommen, wissen wir noch nicht! Aber wie kommen wir überhaupt rein? Wir haben ja nicht mal ein Ticket! Das ist das nächste Thema! Wissen wir das noch nicht? Weiß noch nicht! Darf man das im Internet sagen, oder nicht? Ah, verdammt! Ich bin meinem Ziel näher gekommen! Auf jeden Fall da, Leute! Ist der Wiener Dom, oder? Ja, das ist der sogenannte Stefans Dom, sind wir da! Ah, Stefan! Grüß dich! Schon einfach, grüß dich! Was ich auch mal direkt sagen muss, ist, Alter, warum schaut man immer so komisch in diese Kamera, Alter? Hier hin, gell! Auf jeden Fall will ich festhalten, Freunde! Fifty! Fifty! F****** Cent! Wisst ihr, was das heißt? Michael Jackson habe ich in meinem Leben verpasst! Fifty Cent ist mein Vater! Fifty Cent! Is the motherf****** G-Unit! Auf jeden Fall, wir kommen einfach nicht rein! Ich lade, wie die trotzdem wusste! Ich lade, du! Ich sag so, verpasst du! Fifty Cent! Auf jeden Fall, was ich sagen muss, Freunde, wir haben keine Tickets! Jetzt darf ich es doch offiziell sagen! Das wird die Mission! Schauen wir mal! Geht ihr alle aufs Fifty Cent Konzert? Nein! Sorry! 346 Minuten später Ficke! 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 Alter, wir sind Ficke Cent nicht FC Bayern-Chill! Mach Platz, oder? Das ist Ficke Cent, oder? Heißt du? Schon wieder! Schon wieder? Schon wieder? Ja, haben sie! Tiago, Mann! Hat er dich irgendwie unsittlich berührt, dann sag's mir! Wo ist diese Ficke Cent? Jetzt reicht's! Wohin? Ficke Cent! Ficke Cent! Was ist? Ficke Cent, hallo? Ficke Cent! Komm jetzt! Reif! Mach mit Ficke Cent Foto, nicht mit Lukas! Sitzplätze! Ich will keine Sitzplätze! Was für Sitzplätze? Ich will Bühnen! Bühnenplätze! Wir haben doch keinen! Wir haben Sitzplätze, Bruder! Warum haben wir Sitzplätze? Ich will stehen! Go Fitti in the house! Bounce! Auf jeden Fall, Freunde! Es geht jetzt rein! Hey! 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 Wir wollen Bier! Wir wollen Bier! Wir wollen Bier! Miniman! Miniman! Ich habe einmal Miniman live gehört! Alles erreicht in meinem Leben! 4-4! We're gonna turn it up, young man! Let's go! Check! Ich habe jeden Fall in meinem Leben! Ich bin jetzt wirklich tollen! Ha-ha-ha! A-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha! So warum ist ein Mach? Gute, 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 Gute. I'll take it out I'll beat the pussy up Up, 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 up She ain't got to tell me she wanted She know I know what she did She moment well when I hit it She told me later I did it What are you doing? No You? Okay Cheers Man, niggas Man, niggas Hey Jai Lukas spielt auf jeden Fall Auf jeden Fall, Freunde, ausverkauf 6.000 Menschen sollen hier sein Nicht ausverkauf, sondern 6.000 Menschen 12.000 passen rein Aber es sieht sehr voll aus My money on my mind Ey! Was sollen diese engen Hosen, ja? Er trägt einfach Skinny-Jeans, der Bruder. Komm, wir sind einfach zum Konzert ohne Karten. Ohne Karten. Ohne nix. Und Bier in der Hand. Komm mal, zurück, ey! Einfach türkische Hochzeit. Liebe Leute von heute, komm seitens vorbei. Fifty! 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 Also so, von einer Skala von ein Stream war es so eine 7,9. Wie heißt ihr? Samuel. Wie war das 50-Cent-Konzert? Also ich sage, das war eine 8,3. Eine stabile 8,2. Was sagst du? Gleiche Meinung. Ich schließe mich, ey, ich gebe eine 8,5, weil 50 Cent ist... Du glaubst, ey! Er ist mein Vater gefühlt. Ja, Mann! Eigentlich hat er eine 10 verdient. Ja, eigentlich! Er hat eine 11 verdient. Ich durchaus auf, wie ganzules aufiefden! Seých exchange mit mir zu sein, wir werfen? Überraschущene taxi und ich ruf! Wir haben この erste Verdient! Wir haben uns geändert! Wir haben uns ge motiviert! Und wir haben uns geckoífict! Vielen Dank.